Jo Leute, Command & Conquer Zeit, Mission 6-3 steht dann hier mit der Widerschaft von Nord in der Afrika-Kampagne. Und ja, spring mal rein, lass uns mal überraschen, was hier an der Elfenbeinküste so los ist. Ja, kennen wir schon. Oh, ähm, was kommt überraschend? Das gefällt mir jetzt auch schon hier, getrennte Armeen. Nein, nie mein Buggy. Ich hätte ja schon super viele Lebenspunkte verloren. Oh, gut. Das ist ja auch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das hat nicht aufgepasst. Ähm, der Buggy wird noch so. Ich kann mich die hier lang schleusen können, ohne zu kämpfen. In Ordnung. Ah, zurück, zurück, zurück. Der steht da. Aha, die sind getriggert. Wie weit geht es hier noch runter? Ah, das ist die abschließende Keule. Boah, hör auf, das ist nie lustig. No, noch mehr Panzer. Wie viel geht denn? Ja, der Kampf, äh, ich glaube der ist sehr gut verloren. Jawohl, ich bin da. In Ordnung, 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 bestätigt, in Ordnung. Ja, Junge. Boah, hier geht es immer weiter runter. So, wo ist das? Da ist der Sommler, der Gegnerwischer. In Ordnung, breche auf, bestätigt, breche auf, bestätigt, breche auf, bestätigt, breche auf, bestätigt. Ja, der war genial... Ja, und er hat sich verloren, jawohl, sir. So... Tja, was machen wir denn jetzt? Jawohl, sir. Jawohl, sir, 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 jawohl, Sir. Tja, fragt mir was leichteres, Leute. Jawohl, Sir, schon dabei. Uff. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Er will jetzt keinen Action mehr. Jawohl, Sir. Oh, Entschuldige, Eiweiß. Jawohl, Sir. Wir müssen ja nicht kämpfen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir, in Ordnung, sofort, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir, einen clues Denkelした da. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Navohl, Sir. Panzer nach vorn. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir, schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir, jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche Ordnung. In Ordnung. Reche auf. In Ordnung. Bist du nicht? Bist du nicht? Jawohl! In Ordnung! In Ordnung! Bist du nicht? Jawohl! 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 Stimmt! Durch den Defensiv... Geht man lang hier? Woher man kann? eigentlich das verteidigt kriegen die jetzt haben wir nichts mehr zum scouten was machen die das war nicht ja 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 Ja, aber anscheinend kommen wir dann in die Basis. Ich glaube, die verlieren jetzt nicht zu viel Lebensmittel. Ja, das geht. Hey, du noch fahren, bitte. Ich bin ein bisschen defensiv. Ja, war doch ein Panzer. Macht der von hier oder was? Oh Gott, schau mal an. Wow, ich glaub. Jetzt können wir neu starten. Uff. Äh, ja. Ich schluck trinken. Äh. Erstmal die Lungen sie ein bisschen auseinanderziehen. Wenn sie länger kontaktieren. Luft haben. Ja, ich guck doch her. Tja, was mach ich mit dieser großen... Was mach ich mit denen hier? Mit denen in die Basis rein, wenn ich mit denen hier angreife? Jawohl, Sir, recher auf! Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, als Ablenker müssen wir die Bauwister. Jawohl, Sir! Oh, hier war noch ein Panzer, oder? Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Recher auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, da kommt ein Panzer. Oh. Hätte ich jetzt natürlich die beiden rausnehmen können, aber schon ohne größere Verluste. Das ist ja krass n00. Ja, nicht so lange agentieren kann, die ne. Ja, da muss ich ja noch nehmen. Hey, da muss ich ja noch sein. Ah, nicht so nah, die kann man hier sein. Das wird doch schon wieder nach hinten losgehen. Das ist nichts. Ja, vielleicht mal den sterben. Ja, shit, 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 shit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, der Kampenschütze ist. Ja, 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 voll Panzer. Warum sonst? Dafür sah es ja oben halt ein bisschen schlecht aus, ne? Ich würde mir jetzt mal vorstellen, dass der Heli hier dann kommt. Da war ja was mit aufklären. Da kann man das schon so vernachlässigen. Oh Gott, da kommen sie schon. Warte, ich muss ja was mit denen. Es ist locker zu werden. Dein Symbol ist verlob. Ach komm, hier auch. Ach, okay. Ah, du ist die... Zwei. Ach, wir haben es ja noch nie gesehen, wo es ist. Aber wir haben es ja noch nie gesehen, wo es ist. Wann er hier gleich? Ja, er kam aber nicht bereit, um. Wo ist das? Wo ist das Ding? Na da unten! Ach komm, jetzt kommt der Wüstenjäger. Okay, das war's. Wie komm ich denn? Ah, ich hätte durchfahren müssen, okay. Ne, da kommen wir nimmer hin. Wow. Na gut, wenn er Wachtturm dann ist, dann... Wenn er kein Wachtturm-Joten ist... Pofarazzi! Mann, lass mich! Ja! Ja! Man muss auch mal mehr Glück als Verstand haben. Bis zum nächsten Mal!